Oh, wir haben kaum Leben. Fällt mir so ein. Erstmal gucken, was gibt's hier? Steine. Das bringt es uns, wenn wir die hier zuschieben. Das bringt es uns, wenn wir die hier zuschieben. Das bringt es uns, wenn wir die hier zuschieben. Ich hoffe... Ja, komm, geht auf den Zwerg. Haben wir inzwischen wieder genug Astralpunkte? Ach nee, Astralpunkte regenerieren wir ja nur... Ach so, wir sind sowieso der Zwerg. Ich würde gerne einmal heilen. Habe ich gerade Astralpunkte geheilt? Kann er sich denn selbst heilen? Wir hätten natürlich auch zwischendurch zurück in die Stadt kehren können, ne? Der Zwerg ist saugeil. Und wir haben ausgewichen. Sehr gut. Wir müssen eigentlich ihn hier auslöschen. Schließ die verfluchten Löcher! Ah, okay. Das Problem ist nur, wir kommen hier... nicht raus. Ich heile mich gerade noch mal selber. Boah, da sind mir viel zu viele Löcher. Was macht die Truhe? Ach. Ja, okay. Das ist also auch ein Loch, das ist gar keine Truhe. Oh, wir können schon einen Flammenstrahl der Stufe 2. Kostet zwar viel Punkte. Oh oh, uns geht's gar nicht gut. Nicht mal mit meinem normalen Angriff hier. Ach du Scheiße, er hat nur noch einen Punkt. Können wir ihn denn heilen? Komm, Freund. Moment. Der ist fast down. Der greift gleich bestimmt mich an. Das halten wir noch aus. Ich gehe jetzt erstmal auf den hier. Verdammt. Komm. Gar nicht gut. Wir müssen ihn hier down kriegen. Ja, wunderbar. Kann ich ihn hier angreifen? Ich wollte gerade sagen. Und mit ihm laufe ich erstmal weg. Schließ die verfluchten Löcher. Oh, ganz schlecht. Oh. Können wir ihn denn hier irgendwie... Wir können... Wir haben keine Zauberpunkte mehr. Viele Lebenspunkte hat er ja nicht mehr. Aber hier treffen wir wahrscheinlich nicht. Ich gehe erstmal hier hinten drauf. Sehr gut. Ähm. Ach, er ist das. Man kommt eher an die Reihe nach dem Zwerg. Ich hoffe, das Viech greift uns nicht an. Ah, was können wir denn hier tun? Ich frage mich, was passiert, wenn ein Charakter stirbt. Und das Leben? Ich frage mich, was passiert wenn ein Charakter stirbt. Oh Mann, ey. Haben wir inzwischen wieder genug Astralpunkte? Wir hätten... Wir hätten wieder genug. Das ist die Frage. Er hat sowieso noch ganz wenig Leben, aber... Kann ich nicht? Ach, verdammt. Dann lass mal hier einen noch ab. Yes. Ach, Mistkerl. Gar nicht gut. Schließ die verfluchten Löcher. Ich bin ja dabei. Oh Mann. Wir sind hier gefangen. Wir können nicht angreifen. Ähm. Ähm. Ach, einen Heiltrank hätten wir natürlich trinken können. Tja, unser Zwerg ist alleine. Scheiße. Kann ich doch nicht abliefern, sowas. Hier, ein normaler Angriff reicht. Kräft auf. Junge. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Scheiße. Habe ich's jetzt gewonnen? Nein. Nicht gut. So schnell... Ähm. Erneut versuchen natürlich. Verdammt. Gut, jetzt müssen wir wenigstens... Ich hasse Asseln. Ich hasse Asseln. Ja, das passiert am Anfang. Jetzt können wir hier schon mal welche zumachen. So, mit ihmchen. Greifen wir erstmal normal an. Mit ihm laufe ich schon mal hier hinten hin. Wir haben nämlich nur ganz wenig Health Points. Ja, soweit wie möglich natürlich. Wer ist der Nächste? Ist das A und O momentan dieser Mannschaft? Vielleicht sollten wir... Ich bin noch dabei. Komm, weich aus, weich aus. Blöd, Mann. Komm, du weichst aber aus. Ja, sehr geil. Hey, Angross! Und schließe auch diesen Stein. Der liegt... Wo liegt denn der mit seinem Kopf? Kann ich denn nochmal... Oh. Ja. Ähm... Unser Zauberer. Na gut, muss er wohl nochmal angreifen. Der trifft wenigstens. Der Zwerg ist echt gut. Wir machen nochmal den wuchtigen Hieb scheiße. Und dann bleibt er erstmal stehen. Und kann vielleicht von hinten gleich ein Zauber wirken. Kannst du? Ach, das Talpunkt ist scheiße. Und dann beende mal deine Runde. Würde erstmal gerne. Ja, genau das. So, der dürfte jetzt nochmal angreifen. Und treffen. Und da sollte doch wohl ein normaler Hieb reichen. Nein, reicht nicht. So. Wir haben es gef... Äh... Gefunden, wollte ich gerade sagen. Gewonnen. Ich glaube, das Grab haben wir noch nicht gefunden, ne? Ja, den Heiltrank. Den hätte man benutzen können. Das ist ihr Sarg? Ja. Es... Liegt niemand drin? Ich sehe, dass niemand drin liegt. Riecht dir das? Es riecht nach Rom. Warum riecht es nach Rom? Hier liegt etwas. Eine Art Stein. Ich kenne diesen Stein. Lysander hatte ihn der Prinzessin geschenkt. Wir sollten gehen. Ich kenne diesen Stein.